Frieren! Ein Gefühl, das ich schon lange nicht mehr hatte. Hi und herzlich willkommen zur letzten BDK-Vlog-Folge vor der Sommerpause. Bevor wir uns bis Anfang September in die vielleicht nicht wohlverdiente, aber sehr willkommene Pause verabschieden, wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, was denn in letzter Zeit los war. Die Minis waren in Rom, die KJG war auf dem CSD und eins von beiden wurde im Internet ziemlich kontrovers diskutiert und das waren nicht die Rom-Wahlfahrt der Ministranten. Gerade im Moment laufen auch noch die Freizeiten von der Ferienwelt in den Zeltlager und Schwende, Seemus, Benistobel und Oberginzbach und Roth. Schaut da auch mal ganz vorbei auf deren Instagram-Kanal, das ist sehr sehenswert. Übrigens, wer ist ein bisschen blöd, dann hat vier Daumen. Richtig, wir haben natürlich das Diözesanlager der DPSG vergessen, die sind gerade irgendwo in Bayern. Tut uns so leid. Mea culpa, Freunde, Asche auf unser Haupt. Aber jetzt seid ihr drin. Im Video und in unseren Herzen. Ciao. Ciao, ciao. Ja, und sonst passiert nicht viel außer schwitzen, vorm Ventilator rumhängen, viel Wasser trinken. Ist das einfach heiß, Leute, was sollen wir machen? Genießt eure freie Zeit, geht ins Freibag. Freitag soll es wieder kühler werden, habe ich gehört, 22 Grad, lange Hosen, zu, eine Schuhe. In dem Sinn, schönen Sommer, bis bald.